Ein spannendes Beispiel, um den Modalwert zu erklären, könnte sich auf die Lieblingsfarben von Schülern in einer Klasse beziehen. Angenommen, in einer Klasse mit 25 Schülern wurden sie nach ihrer Lieblingsfarbe gefragt und folgende Ergebnisse sind dabei entstanden. Dazu habe ich eine neue Datei in Microsoft Excel geöffnet und schreibe die Ergebnisse nun nieder. Es gab 5 Schüler, welche die Farbe Blau mochten und es gab 8 Schüler, die die Farbe Rot haben und es gab 6 Schüler, welche die Farbe Grün mögen und 3 Schüler mögen die Farbe Gelb und 2 Schüler mögen Violett und nur ein Schüler mag die Farbe Orange. Was ist nun der Modalwert? In unserem Fall entspricht der Modalwert die Farbe Rot. Der Rot, die am häufigsten genannte Lieblingsfarbe ist. Es ist wichtig zu beachten, dass der Modalwert einfach die am häufigsten vorkommende Kategorie oder Zahl in einem Datensatz ist. Bei der Interpretation des Modalwerts ist es wichtig, ihn immer im Kontext der Daten zu betrachten. In einigen Fällen kann der Modalwert alleine möglicherweise nicht ausreichen, um ein umfassendes Bild zu liefern. Daher kann es sinnvoll sein, ihn mit anderen statistischen Maßen zu kombinieren. Ich hoffe, ich konnte dir damit die Berechnung vom Modalwert erklären. Und falls du Fragen dazu hast, hinterlass mir einfach einen Kommentar. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg!